Lieber Herr, du weißt, dass du uns große Ehre und Freude bereitet hast, als du uns in die Saat gelegt hast. Und du sollst wissen, dass wir dich auch ehren werden, wenn du allein bist oder mit der Frau oder mit wem auch immer du zusammen bist. Das ist unser Wort. Wir kümmern uns um alles, damit sie ihren Aufenthalt in unserem Gästehaus und Restaurant genießen können. Sonst haben sie keinen Grund, zurückzukommen.